Hallo meine Freunde, konntest du mal wieder, meine Freunde, Kapital Bra und Gucci Mitarbeiter macht's über Farid Bang lustig, alles nur Spaß meine Freunde, kein Beef man, aber was dir lustig ist im Gucci Store machen meine Freunde Beste man, aber am Ende kauft der gute Kappi den Farid was, Respekt man an Kappi man, jemand der so viel Geld da noch gönnt man, für den ist einfach nur Respekter man, Grüße gehen an Kappi und an seine Kinder, Respekt an alle Kappi Fans, und so, Kappi bester Mann ever meine Freunde, aber nochmal wieder harten Shit, verdammt nochmal, wir wollen wieder harten Rap von Kapital Bra hören, dieses Lelele und Lala, schön und gut, kannst du paar mal machen, aber nicht auf Dauer, verdammt nochmal, also Kappi wenn CB8 kommt, dann mach wieder fette Mucke man, schön aggressiver Kappi man, aber nicht so Lelele, Lala gibt's nicht mehr, ok, einverstanden, dann mach die Mucke verdammt nochmal, ok meine Freunde, das war's wie die Funde, ich will nur gleich nicht vergessen, meine Freunde bis zum nächsten Mal